November 1 an Leitstelle. Aufstelle. Ich sehe eine Mission. Am Gipfel. Gleich ist ein Mann. Ich bin schon länger da. In mindestens ein bis zwei Wochen. Sie haben in Ihrer Aussage von der roten Jahreszeit gesprochen. Es ist jetzt nicht danach, wenn alles, wie wir es können, zu Ende geht. Wir sind die Einzigen, die Ihnen helfen können, den Mörder Ihres Cousins zu finden. Er hat keinen Namen gesagt. Er hat nur geredet von einem Mann aus Wald. Er ist unser Lehrer. Er bereitet uns vor auf die Zeit danach. Wenn die Gesellschaft sich selbst zerstört hat, dann überleben nur die, die bereit sind. Die nicht gegen, sondern mit der Natur sind. Nein! Kein Absender. Keine Fingerabdrücke. Keine DNA-Spuren. Außer die des Journalisten, der das Paket erhalten hat. Die Stimme hier drauf ist die des Opfers. Ich habe Böses getan, denn mein Lachen ist falsch. Deshalb kann nur der Schmerz meine Reinigung und der Tod meine Strafe sein. Haltet euch bereit. Die rote Jahreszeit wird kommen. Ich werde insurance entwickelt. Ich bin hier. Ich grege große Name. Wollt ihr mit ihrer Professionalität wieder reist? Lassen wir endlich zum nächsten Mal. Der hat in meinen Z-League-Shots.